Giuseppe Galdarisi ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Spielerkarriere Giuseppe Galdarisi, Spitzname NANU, entstammt der Jugendabteilung seines Heimatklubs Salone Tenne Calzico. 1980 wurde er von Juventus Turin verpflichtet, wo er drei Spielzeiten lang unter Vertrag stand und zweimal die italienische Meisterschaft sowie einmal die Coppa Italia gewinnen konnte. 1983 wechselte Galdarisi zu Heijas Verona. Mit diesem Klub konnte er 1984 85 seinen dritten Scudetto feiern und war dabei mit elf Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft. Die Spielzeit 1986 87 verbrachte Galdarisi beim AC Mailand, 1987 88 spielte er bei Lazio Rom in der Serie B. Zur Saison 1988 89 wechselte Giuseppe Galdarisi zu Heijas Verona zurück, konnte dort jedoch nicht vergangene Leistungen anknüpfen. Im Sommer 1989 wurde er wieder von Milan verpflichtet, die ihn sofort an Calzico Padova in die Serie B verkauften. In Pondua verbrachte Galdarisi insgesamt sieben Spielzeiten. Stieg mit der Mannschaft 1993 94 in die Serie A auf und bewahrte sie ein Jahr später mit einem Tor im Relegationsspiel gegen den CFC Genua vor dem Abstieg. Seine Karriere beendete Giuseppe Galdarisi in den USA bei New England Revolution und später bei Tampa Bay Mutaini, mit denen er 1996 die Meisterschaft der Eastern Conference der Major League Soccer gewann. Nachdem er bereits für die italienische U21 Auswahl gespielt hatte, bestritt Giuseppe Galdarisi unter Nationaltrainer Enzo Baazot am 2. Juni 1985 beim 1 zu 1 gegen Mexiko sein erstes A-Länder-Spiel für Italien. Im folgenden Jahr absolvierte er bei der Weltmeisterschaft in Mexiko vier Partien für die Italiener, die ihren Titel von 1982 nicht verteidigen konnten und bereits im Achtelfinale an Frankreich scheiterten. Nach der WM 1986 wurde Galdarisi nicht mehr in die Squadra Asura berufen, insgesamt absolvierte er zehn Länderspiele. Trainerkarriere Im Jahr 2000 startete Giuseppe Galdarisi seine Karriere als Trainer bei der Asgubio 1910 in der Serie C2. Danach arbeitete er 2001-02 bei der US-Cremonese und 2002-03 Giulianova Calzico. 2001 gründete er in Pondois das Galdarisi Soccer Team, eine Fußballschule, die sich um die Ausbildung junger Fußballer kümmert und 2006 über 80 Jugendspieler betreute. Nach einem Herzinfarkt im Januar 2004 und der danach notwendigen Erholung nahm Galdarisi 2005 den Trainerposten bei der Aswiter bis Calzico in der Serie C2 an. 2006-07 trainierte er die USA Velino in der Serie C1. Nach einer starken ersten Halbserie, die er mit der Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz abschloss, wurde er nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand am 18. April 2007 dort entlassen, obwohl man auf Platz 2 lag und noch im Aufstiegsrennen war. Erfolge Als Spieler italienische Meisterschaft 1980-81, 1982-82 bis 1984-85 Coppa Italia 1982-83 50 Satziger 70 Satziger 60 Satziger 80 Satziger 70 Satziger 80 Satziger Vielen Dank.